Es ist eine abwechslungsreiche Strecke, du musst bergauf drucken können, du hast teilweise auch die steilen Stiche drinnen, das musst du auch fahren können und danach hast du auch wiederum eine technische Abfahrt, du hast ein paar einfachere Sachen. Und weiter gehts mit dem anderen wieder wie Stilini, Ich bin hier in der Welt, ich bin hier in der Welt. Ich bin hier in der Welt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich finde das fast die beste Variante bis jetzt. Auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer ist als normal die Ultradistanz, aber im Großen und Ganzen hat es alles drinnen, alle Highlights und bei dem Wetter ist es ja eine super Kulisse. Es ist eine Traumlandschaft und ich bin eigentlich immer gerne da. Da gibt es auch bei Gisernster Rennen, was ich am meisten schon bestritten habe. Ja, und ich glaube für mich ist es gut. Ich habe gewonnen, auch wenn es knapp war, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung. Die Goldmedaille für Japan-Lacanta! Angelika Kapsleitner, die Siegerin!